5, 4, 3, 2, 1 Nicht reingehen Bebo, wir geben erst Durch Oh nein, hab's noch! Oh, Junge! Kolle, blocken Jö Arsch Ich mach einfach so weit du kannst Nächsten 4 gehen in grün mit 2 aus 6 Ich wusste gar nicht, dass der Geister wohl so schnell ist Chilled bisschen aufs Ad Ne, können, können, müssen wir Ja, könnt Äh, Lila Ach, ein Tornado Lila bedeutet für uns, wir müssen vorsichtig sein Passt auf, wo ihr steht, wenn die Leute wiederkommen Wir kommen gleich wieder Wir kommen gleich wieder Wir kommen zurück Wartet noch, bevor ihr zu Lila rennt Oh fuck, ich bin in grün reingeflogen Egal Im grün schon offen Ist nicht schlimm 4 Rastek, das ist schlimm 4 Rastek, das ist schlimm Tega Viel zu viel Damage aufs Ad Chilled, chilled, chilled Ja, chilled Rot Rot Einer muss gleich Range kicken aufs Ad noch Oder? Ich hab Passt, weiß Knockback, 4x Lila Armut rum rum Nee Und die dritte Bluffung Nur, nur zwei, ein, zwei Rastek jetzt Bin durch Im Schock als nächstes, warte noch, jetzt Großes Ad Kicken Bin durch Nächsten, immer ist ein Rot und ist dasselbe Spiel, die Leute kommen da wieder Da drüben Wartet bis sie kommen, wartet bis sie kommen Und jetzt die ersten beiden in Rot Nein Was? Äh, ich mach'n Reiz Wir haben glaube ich 1 auf 4, weil Chiro keine nachzahlen Nein, ich hab'n geklaut Ich hab'n geklaut Lila abbauen könnt ihr In 2, 1, jetzt Lila Red ist da Statt von drei Spielern schon mal vorbereiten Alle 4 in Rot Ich glaub'n müsste blau sein Alle 4 in Rot Da geht es eins über, ich bring das in Gelb rein Nein, das ist nicht über Warte, warte, nichts über Das ist nicht über Das ist nicht über Das ist nicht über Nichts über Ich hab'n geklaut Achso, das ist geklaut Ja, blau Ja, blau Bisschen mehr Fred Blau sein für uns Kann ich das in Rot reinbringen? Ja Scheiße Jetzt Geht's Wo geht's denn noch hin? Und fast Ihr habt ihr mit Freds willkommen? Ne Nein, sehr gut, ok Ne 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 Ab 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 Dann hat's noch Nochmal Alle Rot Alle Rot Nochmal Alle Rot Nochmal 2 aus 6 Okay, das kann eigentlich sein, dass es jetzt schon da ist Egal Dann müsste Gelb Ja Ja Ich komm nicht zum Geggen hin Dann passt aufs Add Damage auf, ne? Ganz so früh kam jetzt Alle vier Gelb, nur zwei Astacks Vierte Plattform ist das jetzt, ne? Richtig? Ja Ja Macht euch bereit für vierte Plattform Besser mit Damage aufs Add Besser mit Damage aufs Add Blau Ich komm jetzt mit rüber Sati fehlt Achtung, er fällt Ihr müsst jetzt, ihr müsst das hin, kriegen jetzt ohne mich Ich bin jetzt auf der Plattform Einfach nur einer Slacks Macht nur einer Slacks, genau richtig Bin durch Ich bin einfach runtergetücht Nächster Fahrers abgeben Haben wir hier keinen Heiler drüben gerade? Als nächstes abgeben Oh, doch So, Papptopp gleich noch So, Papptopp gleich noch So, Papptopp gleich noch So, Papptopp gleich noch Achtung, die kommen Geht jetzt zu keiner Plattform mehr, ne? Das Add kommt gleich, das wird aufgetankt Und ihr könnt jetzt keine Stacks mehr abgeben Alles, was Immune kann, Immune Machst du den Tank, als Boss? Ja Ungefragt einfach Immune, wenn möglich Spread it Wenn ich den soll, sag ich schon Hier kommst du Add Ruhe, bitte einfach Ruhe Weiter, weiter Ruhe, ist egal Alles, was ihr habt, DEV und OFF Nutzt es sinnvoll jetzt Unterstützt die Heiler Denkt an zweiten Pott Jesus, Heal, Pott Alles bitte benutzen Ich hab das Den Kick-Offs Add Bevo Kannst mir nochmal ein Ding jetzt geben Nichts mehr als Spreaden, was nicht nötig ist Spread it jetzt Zwei Sekunden, kommen neue Marks Kick-Offs Add, bitte Tolle, Eisblock, wenn geht, danke Ich muss einmal abgeben Das sieht man, hab ich Dagen Dagen jetzt einfach in die Milis rein, wenn du hast Äh 15 Millionen Einfach zu zeigen Eleven Kommt neue Marks, an den und nicht, schon hier Kommt dann gleich ein Kick-Offs Add Spread, spreaden, neue Marks und drei Jetzt Kick-Offs Add Kamu wegmachen, wenn geht Oder kannst du nicht Komm, killt ihn, killt ihn, killt ihn Komm, haut ihn weg, bitte, bitte Brief-Touch Ja Schön, los Eine G Eine